Das ist die Story, von der jeder Journalist träumt. Ein Vierteljahrhundert beim Stern, Gerd Heidemann. Es wird mal wieder Zeit für einen echten Knüller. Was hieß das? Hitlers Nichte, handgemalt vom Führer. Das ist so intim. Was ist das Intimste, was man schreiben kann? Ein Tagebuch von Adolf Hitler. Das ist ja ein Knüller! Dieses Material stellt unser Hitler auf den Kopf. Der größte Scoop des Jahrzehnts. Die Bücher sind gefälscht. Hast du Beweise? Müssen Sie nicht Ihr Beweise zu echt sind? Wenn mein Name fällt, dann schicke ich dir hin, Knast. Das wird dann durch die Halt. Das wird dann noch einen Knüller. Bis zum nächsten Mal. In der Tat, dann schicke ich mich noch mal. Dann schicke ich dir hin. Das kdo, dann schicke ich auf den Kopf.